Hey ho meine Little Mepa und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es um den One Piece Tag, der hier seine Runde macht. Ich wurde getaggt vom Monkey Spy. Erstmal Dank an dir. So, bevor das Video beginnt, wollte ich noch zwei Sachen sagen. Nämlich, dass ich jetzt auch einen One Piece Kanal habe. Also für alle, die One Piece interessiert sind, auf meinen Zweitkanal wird jetzt alles mit One Piece kommen und hier der Rest. Und noch eine Sache, nämlich ich wollte mich beim One Piece Feature bedanken dafür, dass er mir einen Outro Song gemacht hat, der eine Minute geht. Deswegen wäre es mir lieb, wenn ihr hier das Video komplett schaut und dann am Ende irgendwie schreibt hier, wie euch der Song gefällt. So, die erste Frage lautet, wer ist dein Lieblingscharakter und warum ist er das? Ja, also mein Lieblingscharakter ist wie mehr und gewisse Wolken ähnel, weil er einfach übertrieben geil dargestellt wurde, ein Gotteskomplex hat, mich am meisten entertaint hat und so eine unglaubliche Macht hat. Ja, ich weiß nicht, wo ich noch drauf sehen will, aber auf jeden Fall ist es ähnel. Ja. Wer ist dein Lieblingsantagonist und warum? Ja, die Frage brauche ich glaube ich nicht mehr zu beantworten. Nummer 1 hatte ich schon beantwortet und ja. Was ist dein Lieblingszitat oder Statement? Ja, mein Lieblingszitat ist von Ene, ja schon wieder Ene, ähm, als er im Kampf gegen Viper war und zu ihm sagte, Der Mensch fürcht sich nicht vor Gott. Die Furcht selbst ist der Gott, der ihn bestraft. Keine Ahnung warum, aber ich hab das voll abgefeiert. Was ist dein Lieblingsweiblicher Charakter? Ja, mein weiblicher Lieblingscharakter von Peace ist Monet. Ich kann zwar selber nicht genau sagen warum, aber sie hat es mir einfach angetan. Was ist dein Lieblingskampf? Ja, eigentlich würde ich jetzt sagen Zorro gegen Kuma, aber da ich denen das nicht wirklich als Kampf zähle, muss ich drei weitere Kämpfe sagen, weil ich keinen richtigen Lieblingskampf habe und ja. Die drei Kämpfe sind Lissop gegen Ruffy, Zorro gegen Yuma und Ene gegen Gunford Viper, Zorro und Robin. Ja. Was ist dein Lieblings One Piece Opening? Ja, also ich bin kein großer Film von dem One Piece Opening, Lieblings, aber am meisten gefällt mir auf jeden Fall das vierzehnte. Was ist deine Lieblings One Piece Folge? Ja, ich kann nicht genau sagen welche Folge es war, aber auf jeden Fall ist es diese Folge mit Zorro gegen Kuma. Was ist dein Lieblingsfilm, Special oder Episode Of? Ja, mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Zett, allein die Animationen sind schon übertrieben geil. Und mein Lieblingsspecial ist das vom Foxy, was letztens erst rauskam. Ja. Was ist dein Lieblings-Arc One Piece? Ja, ich muss sagen, es ist geil hier, allein schon wegen dem Krieg, den Shanyan-Enel und alles drum dran, es hat mir am meisten Spaß gemacht. Was ist dein Lieblings-One Piece Videospiel? Ja, ich muss sagen Unlimited Crew 2, weil es einfach das einzige One Piece Spiel ist, was ich bis jetzt gespielt habe. Wenn du im One Piece Universum leben müsstest, in welcher Crew wärst du und warum? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich in keiner Crew wäre, weil ich kein Fan von irgendwelchen Crews bin, also ich bin jetzt kein großer Shanks-Sightbeard-Crew oder was weiß ich was sein, weil ich am liebsten eigentlich nur irgendwie so ein Priester von Enel wäre oder sowas. Was ist deiner Meinung nach der traurigste Moment in One Piece? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich den Tod von Doc Bader am traurigsten finde, einfach nur wegen dem Zitat, was er davor ausgauen hat, wann ein Mensch wirklich stirbt oder ist. Was ist der schockierendste Moment in One Piece? Ja, der meiner Meinung nach schockierendste Moment in One Piece war einfach das Durchschnittvermögen von Zorro, als er den Schmerz von Gruffi ausgesogen hat. Was ist der witzigste Moment und wer ist der witzigste Charakter? Ja, ich kann jetzt keine bestimmten Momente aufzählen, aber die meiner Meinung nach lustigsten Charaktere sind Bartholomeo und Zorro. Bartholomeo allein schon wegen seinem Fanboy-Verhalten und alles drum dran und Zorro einfach wegen seiner Orientierungssinn. Was ist der deiner Meinung nach unvergesslichste Moment in One Piece? Ja, eindeutig Zorro gegen Kuma. Was ist deine Lieblingsmännlichkeit in One Piece? Ja, von den Frischen her die Donner- und Pfünsterfrucht und von Haki her Rüstungs- und Vorhersehungshafen. Besitzt du irgendeinen One Piece Merchandise? Ne, momentan noch nicht, aber ich hab mir vor, irgendwann mal so die Bänder nachzuholen. Guckst du One Piece lieber mit Untertitel oder mit deutscher Synchro? Ja, mir ist eigentlich beides recht, aber ich guck's minimal lieber mit DUB, also deutscher Synchro. Was ist die Sache, die du in One Piece am meisten liebst? Ja, einfach der Story-Verlauf, den Oda-Dons herbeizaubert, weil es gibt einfach so viele Sprachthemen, Theorien und alles drum dran, und das schafft man einfach mit keinem anderen Anime oder sowas. Was ist die Sache, die du am meisten an One Piece hasst? Ace. Belegt One Piece ihr Nummer 1-Spot in deiner Top 10 Anime-Manga-Liste, wenn nicht, wofür sonst? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass es nicht mal in meiner Top 10 drin ist, einfach nur, weil ich viel mehr Animes mehr gefeiert habe. Ja. Ja, das war's für den Tag. Jetzt bin ich damit dran, andere Leute zu tanken, und ich nehme One Piece Future, Say What's Up und Kuroville. Ja, dann würde ich mich verabschieden und ich sage auf Wieder-Me. Das war's für den Tag. Wo ist die Verlangen? Steig dir rein, schaffst dir an, lass deinen Daumen oben, schreib deinen Kommentar hinein. Komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei, komm vorbei. 明s Raini Tag 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 Tag